Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawns Frozen Wilds Und zwar... Ups, Entschuldigung, ich hätte das verrutscht Und zwar haben wir das letzte Mal einen Aratak besiegt Und sind jetzt der Häuptling Jetzt sind wir der Cabo Wir sind jetzt auf dem Weg ins Donnertal Ah, was weiß ich was Ähm... Das sind Quests, aber die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht Und wir halten Ausschau nach mehr Frostklauen Wir werden stärker, drei weitere Jäger haben bestanden Aber unser Ziel war den Berg zu befreien Und jetzt? Bleibt bereit, schärft eure Speere Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist Hört sich vernünftig an, aber hoffen wir, dass das nicht eintritt Häuptling? Beantwortung zu tragen ist eine große Last Das ist mir bewusst Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte Zum Donnerkampf zurückzukehren Ihr einziges Ziel Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt Als meine Schwester von den Karcher zurückkehrte War sie verändert Was wieder fuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Karcher war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen Sie verfolgen Sie verfolgen Sie betäuben Die Karcher fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein Wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne Sie überlebte Sie ertrug es Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte Ihre Bestimmung Und jetzt ist es alles, was sie hat Na gut Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel Aber dort war ein großes Tor Eine Art Brotstätte Neues Metall Wir wollten es durchbrechen Aber es ging nicht Wir waren erschöpft Kein Weg voran Maschinen hinter uns Ich entschied mich zum Rückzug Wir verloren viel Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzukommen Was glaubst du ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht So viel Metall Das Tote Brummen Dort kann nichts Gutes sein Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod Unserer oder der des Dämons Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen Na gut Dann gehts los Ich bin wirklich froh Dass du mich begleitest Jemand Muss auf Uriah aufpassen Können wir jetzt los? Achso, rede mit Uriah Na gut Wo ist die eigentlich? Speichern wir erst einmal Ach die steht ja schon oben Warte mal finde ich hier irgendwo Blauglanz Jetzt wo ich weiß, dass man das durch das Ding sieht Scheinbar nicht Scheinbar nicht Alter, laufe ich überhaupt richtig? Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Was ist da? Das nehme ich lieber mit Ach gut, da gibt es einen normalen Weg Wird so einfach gewesen Wird so einfach Lauf kleine Lady, lauf Lauf kleine Lady Ey wisst ihr Wir müssen da kämpfen Und sonst irgendwas Und damit wir zu den Bergen auf dürfen Und die fängt hier das Grillen an Also echt jetzt Wirklich Du hörst Stimmen und grillst Hier ist sie Meine Chance Mich wieder mit der Stimme zu vereinen Und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt Ich brauchte einen Fremden Jemand der unwissend über uns ist Aber Nein Nicht unwissend Ich Willst du dich bedanken, Uria? Ja, natürlich Denn so bist du Du löst Knoten Und schaffst Möglichkeiten Danke Dass du diese Reise ermöglicht hast Ich wünschte nur Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen Es war gut, ihn mitzunehmen Er hat es verdient So stur wie ein Stein Aber das musste sein Der Krieg forderte es Und ich ebenfalls Na gut Fragen wir die alte auch mal aus Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst Das klang schrecklich Für Aratak liegt alles nur daran Er denkt die Kaja änderten mich Das stimmt nicht Sie schafften nur meinen Blick Wenn alles verloren ist Denkst du an das, was wirklich wichtig ist Die Stimme Das blaue Licht Das jenseits Pizza Und an meinen Bruder Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte Dachte ich an ihn Sorgte mich um ihn Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort Bis nur sein wahres Selbst übrig blieb Unbeugsames Eis Kein Banuk hat mehr Willenskraft Er kämpfte sich durch tausend eiskalte Nächte Doch er traf am Morgen immer seine Jäger Wann sagt er, er litt 23 Wunden in dieser Zeit Seine Jäger zählten mit Er beklagt sich nie darüber Er sagt nur Das Leben sei mit mir schwieriger Er hat recht Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht Jetzt wo ich Häuptling des Weraks bin Kann ich dich wohl nicht anweisen von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren Doch du bist nicht Aratak und Wenn du mit Silence zu tun hattest Ist es nur allzu verständlich Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur Ein junger Schamane der Eulenwache Ein ferner Werak, der selten zum Handeln herkommt Silence war ein Schamane Das stimmt Zumindest sagte man das unseren Boden bei der Eulenwache Sie sagten er wäre einer Niemand weiß so viel über Maschinen wie er Und er war bereit sein Wissen mit uns zu teilen Es dauerte nicht lange bis das Konklave ihm vertraute Und ihm letztlich gewährte teilzunehmen Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein, doch er beeindruckte mich Er strahlte Sicherheit und Autorität aus Ich wollte von ihm lernen, aber Dazu kam es nicht Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten Die Eishöhlen des Malmstrom Einen Monatsmarsch von Ban-Ur Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter Aber als wir wieder kamen Waren die Höhlen geplündert Relikte der alten Welt gestohlen Löcher im Eis und Metall Ja, das musste Silence gewesen sein Er verschwand mit der Beute Wir schickten unsere besten Verfolger los Keiner kam zurück Und als wir dann die Eulenwache fragten Waren seine Bürgen einfach verschwunden Als hätte er nie existiert Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei Was meinst du dazu? Er hat ein unverzahlbares Sakrileg begangen Er ist skrupellos und gefährlich Aber auch brillant Bewandt Und sachkundig wie kein Zweiter Abgesehen vielleicht Von dir Jeden anderen würde ich warnen Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben Sei trotzdem vorsichtig Ich werde daran denken, Urea Danke Was finden wir da oben, Urea? Ruinen Maschinen Ein Tor, wie das einer Brutstätte Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy Denn dahinter liegt die Stimme Ich weiß, dass sie dort ist Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will Okay Los geht's! Es war nicht einfach für dich, Urea Hierher zurückzukehren Alles um ihre Stimme wiederzuhören Diesmal Hören wir sie beide Das wär schön Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig Klar, los geht's Du hörst endlich auf zu grillen, Mann Was ist jetzt los? Endlich, unser Aufstieg Wie? Ich sehe keinen Weg hoch Nicht hoch, durch Jetzt, Bruder! Ich habe keine Ahne Du wirst hier Ja Ja Du wirst! Ich sehe dich Du wirst! Du wirst! Du wirst! Na, du! Der ist! Los! Die Stimme wartet! Noch einiges mehr. Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie zum nächsten Ausgang. Ich wiederhole, dies ist keine... Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Naja, eigentlich hat die Alte nur einen Feueralarm ausgelöst. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Die Festung sieht mir wie eine Maschine aus. Ob das nicht passend, nur das blaue Licht weint oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welche. Was zur Hölle, ey? Voll die Stromanlage. Hier. Einfach rüber. Hä? Ja, ja, ja. Aber ich kann auch über... Ich kann auch über die... Über die... Über die... Über die alten Sachen regieren. Ein Scheiß direkt, du hast da. Ich hab das Feuer reingesport. 21. November 2064. Drei Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und zwölf seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier. Die nicht weiß, was ich hier will. Aber ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht wieso. Aber ihrem Totenfall nach war der Grund. Entsätzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind... Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Du kannst sie hören? Ich beneide dich. Was sagen Sie? Ich bin nicht sicher, Orion. Was ist da rumziehen? Geh den Scheiß an! Ey, ich will da nauf, man. Kann ich überhaupt so nauf? Ah, Tatsache. Cool. Ach, ihr Scheiß-Text-Dateien. Ich will das hören. Ich hab keine Lust, das zu lesen. Und zack. Achso, ich muss das umüber. Oh fuck. Kann ich da irgendwie nauf? Nee, kann ich nicht. Aber ich... Stimmt, ich kann nicht auf die Viecher fallen lassen. Jaaa. Jaaa. Ja doch, wirklich. Stolz. Und, und, und. Lauf weiter. Oh, ich bin nicht mehr. Bääääääää... Fuck, ich muss da nun ne... Shit! Oh oh... Nein! Keiner da! Schnauze, verpiss dich! Ja, was mach ich jetzt am schönsten? Eigentlich wär voll drauf, strategisch ganz gut. Ich wurde entdeckt. Nein, wurde ich nicht. Ich hab mich doch noch entdeckt. War echt der aus? Voll drauf, Leute! Geil! Jetzt macht's gleich rums. Rums die Bums! Woah, fuck! Er ist jetzt eh tot. Den mit dem Haubein. Wo hast du schon? Oh! Achso, der Aratak war schon unten. Der hat schon ein wenig Rumpenmetzl. Na, jetzt nimm doch den Scheiß mit. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Okay. Und vor allem das dann resieren wir. Her damit. Die mit dem Häuptling geschwafeln. Auf geht's! Ja, hier lang. Ja, das ist mir klar. Ich hab so'n scheiß Marker, Mann. Auf, auf, auf die ruhigen Berge. Es ist nicht mehr weit. Oh, oh. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach. Verloren Bestände. Und erlitten Verluste. Ja. Nun müssen wir sie. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem. Könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab' verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Ja. Also ich glaub' Falken wär' mir ein wenig zu arg. Alter, da ist ein Wehen und zwei Schakale. Da muss ich nicht für die Dinger hausen. Ja, ich nehm' lieber den... ...unbeschwerdenweg. Wahrscheinlich, wenn jetzt da oben 100 Maschinen sei oder so. Gut. Das kann ich gut gebrauchen. Ja. Ich ging ganz lang. Vor Jahren. Als ich vor den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber... ...vieleicht bleiben wir unbemerkt. Oh fuck. Oh fuck, Mitch. Wie ist denn da... Ja, Mann. Ja, Mann. Das hab' ich nicht mittlerweile meinen Trick kennen. Ich hab' mal viel Suchläge gehabt. Und nochmal. Boah. Gibt's hier noch mehr? Oh Gott sei Dank. Ich hab' bloß einer gesehen. Gibt's hier noch mehr? Oh Gott sei Dank. Ich hab' bloß einer gesehen. Oh fuck. Nein, du hast nichts gesehen. Hör auf. Böse. Ich hab' bloß eine gesehen. Ich hab' bloß ihn. Ich hab' bloß ihn. Ich hab' bloß ihn. Ich hab' bloß ihn. Okay. Und... Fuck. Ich reiß' dir deine... ...kack... ...kack' Chips raus, alter. Ne, da war doch einer. Oh fuck. Oh fuck. Ist ein Scharfschützenarschule. Der irgendwie ist schon abschützinarschle. Der ist scharfschützen Arschle. Oh, wirklich. Ich hab' nichts abbekommen. Er ist abgefall' ne? Oh, die ist nicht einmal as. Ok Oh shit, oh shit, oh shit Verpüßt du dich jetzt? Alter, durch die Kiste, wirklich? Jetzt gehst du da hin, da gehst du da hin, oh! Oh, den Spießen! Gegrillt der Tante am Stück Kommt sofort Wenige Energie aufsammeln Wenige Sunshit mitnehmen So, dann Pfeile mitnehmen Und weiter geht's Also Endbotslevel können sie gut, ey, das schaut echt schon geil aus Mich da interessieren, ob das da noch irgendwie weiter geht Oder ob das... Alter, da ist ja noch mal einer Ja, hier bin ich Oh, wirklich... Oh Habe ich noch echt... Daneben geschossen? Der duckt sich immer wieder, die dumme Sache Ja Ja, also Wüstiges Vieh, ey Ich muss halt ausweichen Und hoch mit dir Geh doch Dort oben ist eine Tür Und Schluss Wir sind fast durch Oh, Spiels ab Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten Aber ich kann den Stromverbrauch drosseln Bis es vollständig von der Cadera verdeckt Aber wovor verdeckt? Firebreak Auf Sicherheitsgründen schon immer geheim Aber das wäre über Leben Selbst für den verstorbenen Mr. Blevins Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Keine Ahnung Vielleicht hat sie ihre Tage gehabt Oh, fuck Oh, wie schön hier das Gras wächst Alles machen wir auf Alles machen wir auf Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen Oh, voll Was ist das? Ah Oh, cool Große Beutekiste Gehst du weg? Ah Vor da hinten bin ich gekommen Ach, da geht's neu Hm Bis auf George Und ich kann's ihm wirklich nicht verübeln Dass er trinkt auf der Arbeit Nichts von dem hätte funktioniert Ohne unseren hochgeschätzten Direktor Kenny Chow Also Auf dich, Kenny Nur dank dir Schläf dir, Luston Caldera Du verdienst eine Margarita Ach Einen Moment noch bitte, Leute Ich will etwas hinzufügen Denn das alles Wäre nicht möglich gewesen Ohne unseren Lead-Programmer Danke, Anita Dafür, dass du uns Unser Genie geliefert hast Sion Ich stimme zu, Direktor Chow Okay, Sion Was ist die neuste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1.654 Oh Darauf trinken wir zusammen Auf 1.654 weitere Jahre Ohne eine Eruption Es war die Stimme, Metz Den Alten Ich konnte aber nicht alles verstehen Du hattest recht, Urea Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten Das tat er Und die Stimme Ich glaube langsam weiß ich was sie sein könnte Die Tür ist jetzt offen Wir können durch Ja Ja Ziehen wir uns das noch an? Die Geothermalanlage können wir abschalten Das Kühlsystem verbergen Riesige Probleme lösen Warum also macht mich der nächste Teil so nervös? Ich muss nur Anitas geheimnisvolle Software installieren Und ein Gespräch führen Es ist doch nicht mal ein Mensch Stimmt's? Ich muss doch mit diesem Berg abrechnen Okay, dann bedanke ich mich jetzt für's erste Mal Bevor wir jetzt da weiter gehen Aber das sehen wir jetzt dann erst in der nächsten Folge Und dann hoffe ich wir sehen uns wieder Wenn's weiter geht Servus!